Ich überlege mir gerade noch, ob ich diese Live-Sendung überhaupt mit diesem quirligen, kleinen Derwisch heute überhaupt durchführen kann. Was ist denn ein Derwisch? Was ist das denn? Da steht er, in Person. Willkommen in einer neuen Sendung von Meidloff, denn heute Nacht ist Schatzsuche angesagt. Ich bin einfach nervös, was heute um so dermaßen viel geht. Das ist wirklich sehr schön. Ich bin die ganze Zeit so ganz aufgeregt. Es gibt so tausend Sachen, die du heute gewinnen kannst, die du mitnehmen kannst. Das ist wirklich eine mega Sendung. Wichtig ist aber, dass ihr auf das eine... Der nahe dich, dass ich hier stehen darf. So, es sieht wirklich ein bisschen nach Neoprinanzug aus, oder? Und die Schuhe, meine Lieben, schau mal. Wenn Sie jetzt denken, mein Gott, der ist aber klein. Nee, 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 guck mal.